Yu-Chi, ich möchte genau in den Kern Ihrer revolutionären und kompromisslosen Feststellung, dass es keine Seele gibt, vordringen. Es gibt kein Selbst, es gibt kein Ich, es gibt kein Geist, es gibt keine Seele und es gibt keinen Verstand. Hiermit ist die ganze Liste abgearbeitet und es ist unmöglich herauszufinden, was geblieben ist. Sie mögen mich jetzt fragen, warum erzählst du den Leuten immer wieder, wie du funktionierst? Es geht nur darum zu betonen, dass wir jahrhundertelang ein Instrument benutzt haben, also das Denken oder den Verstand oder wie auch immer man es nennen will, um uns von all dem zu befreien, was man ich selbst oder sonst wie nennt. Darum geht es in dem ganzen spirituellen Bestreben. Aber solange es einem dämmert, dass es nichts gibt, von dem man sich befreien müsste, stellen sich diese Fragen gar nicht mehr. Wie mir das gekommen ist, kann ich selbst absolut nicht sagen. Gewöhnliche, gewöhnliche Menschen wie ich mögen gerne wissen, ob sie Antworten für uns finden können. Die Antworten, die ich gebe, betonen nur das, was uns bleibt, das Funktionieren des lebendigen Organismus ist. Wie der funktioniert, ist alles, was ich die ganze Zeit versuche zu vermitteln, zu betonen und nochmals zu betonen. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass eure ganzen Versuche zu verstehen, was euch geblieben ist, ein verlorener Kampf ist. Was sie sagen wollen, ist, dass es nur den physischen Körper gibt und sonst nichts. Ist das so richtig? Noch nicht mal diese Aussage kann man erfahren mit dem, was geblieben ist. Wenn einmal alles aus eurem System gespült ist, hat die Feststellung, uns ist nur der physische Körper und das Universum geblieben, auch kein Bestand mehr. Das möchte ich gerne genauer beleuchten. Je mehr Fragen Sie mir stellen, desto mehr ist es notwendig, den physikalischen Gesichtspunkt unserer Existenz zu betonen, nämlich, dass an dem, woran man uns immer glauben ließ, nichts dran ist. Alle unsere Probleme sind entstanden, weil wir akzeptiert haben, dass es möglich sei, die Wirklichkeit der Welt zu verstehen oder die Wirklichkeit unserer Existenz. Was ich sagen will, ist, dass wir nichts erfahren können, was wir nicht kennen. Was ich sagen will, ist, dass ihr nichts erfahren könnt, was ihr nicht kennt. Alles, was ihr mithilfe eures Wissens erfährt, ist also vergeblich. Es ist ein verlorener Kampf. Wenn Sie sagen, es gibt keinen nicht-physikalischen Bestandteil im Wesen des Menschen, Da stimme ich nicht zu. Was genau meinen Sie mit keinen nicht-physikalischen Bestandteil im Wesen des Menschen? Ich meine, dass es nur den tatsächlichen physischen Körper gibt und die tatsächliche Welt. Tatsächliche Welt. Tatsächliche Welt. Deshalb sage ich, dass das Mittel, das wir benutzen, um die Wirklichkeit unserer Existenz zu verstehen und die Wirklichkeit der uns umgebenden Welt, nicht Teil des Mechanismus des Körpers ist. Der da ist. Der da ist. Der da ist. Das ist der Grund, warum ich sage, dass Gedanken nicht aus sich selbst entstehen und nicht spontan sind. Noch nicht einmal jetzt gibt es Gedanken. Wenn ihr herausfinden wollt, ob es so etwas wie Gedanken geht, entsteht schon allein die Frage, die wir uns stellen, nämlich Gibt es einen Gedanken? Aus der Annahme, dass es einen Gedanken gibt. Aber was ihr findet, ist etwas über Gedanken und nicht der Gedanke. Etwas über die Gedanken ist das, was die Kultur hier hereinbringt. Es kommt von Leuten, die uns sagen, es sei sehr wichtig, dass ihr euch von all dem befreit, von dem ihr versucht, euch zu befreien, mit Hilfe dieses Mittels. Ich will betonen, dass dies nicht das Mittel ist und dass es kein anderes Mittel gibt. Und wenn es auch einmal klar wird, dass Gedanken, Gedanken, Gedanken nicht das Mittel sind und dass es kein anderes Mittel gibt, dann habt ihr es nicht nötig, herauszufinden, ob irgendein anderes Mittel notwendig ist. Es ist kein anderes Mittel notwendig. Genau das gleiche Muster, das wir benutzen, das Mittel, das wir benutzen, hat auf eine ganz geniale Art und Weise alles Mögliche erfunden, wie zum Beispiel die Intuition, die Erkenntnis und was auch immer. Und zu sagen, dass wir gerade durch diese Erkenntnis etwas verstanden haben, ist das Hindernis. Eine jegliche Erkenntnis, egal wie außergewöhnlich sie sein mag, ist wertlos, weil die Gedanken das erschafft haben, was wir Erkenntnis nennen und dadurch ihre Kontinuität und den Status Quo erhalten. Eine jegliche Erkenntnis, egal wie außergewöhnlich sie sein mag, ist wertlos, weil die Gedanken das erschaffen haben, was wir Erkenntnis nennen und dadurch ihre Kontinuität und den Status Quo erhalten. Ich glaube, das verstehe ich. Ich möchte den Punkt weiter verfolgen, dass es eine physikalische Seite davon gibt und wenn ich den menschlichen Organismus und seine in gegenseitiger Beziehung stehende Funktionen genau beobachten könnte. Tatsächlich kann man noch nicht einmal das erfahren und verstehen, außer durch das Wissen, das uns die Physiologen vermitteln. Meinen Sie unsere eigenen Beobachtungen? Es gibt keine eigenen Beobachtungen. Eure eigenen Beobachtungen entstehen aus dem Wissen, das ihr habt. Dieses Wissen kommt von den Physiologen. Dieses Wissen kommt von denjenigen, die sich mit Medizintechnik befassen. Sie versuchen zu entdecken, wie dieser Körper funktioniert, wie das Herz funktioniert, wie die ganzen anderen Dinge, die uns vertraut sind. Jedoch können wir das, was sie entdeckt haben, nicht erfahren. Sie sagen also, dass es eine direkte oder unmittelbare Erfahrung gar nicht gibt. Es gibt gar keine Erfahrung ohne Hilfe des Wissens. Das ist alles, was ich sage. Ihr könnt die Wirklichkeit oder irgendwas nur mithilfe dieses Wissens erfahren. Was ich also sage, ist, dass ihr nichts erfahren könnt, was ihr nicht wisst. Deshalb projiziert ihr, dass es etwas jenseits des erfahrenen Musters gibt. Deshalb projiziert ihr, dass es etwas jenseits des erfahrenen Musters gibt. Es gibt kein Jenseits, aber dieses Jenseits ist wiederum bestätigt oder verworfen von diesem erfahrenen Muster. Damit dieses seine Kontinuität er aufrechterhält. Es ist ein Spiel. Es ist ein Spiel. Zurück zu dem, was ich schon vorher gefragt habe. Gibt es denn nicht die Erfahrung der Berührung? Nein, das Gefühl der Berührung können Sie nur durch den Kontakt wahrnehmen, den Sie Tasse nennen. Sie bewegen also Ihre Finger hierher und berühren das. Er berührt die Stuhl. Das Auge sieht zu, aber es übersetzt die Bewegung nicht als jemand, der seinen Finger hierher legt, um zu wissen, was genau passiert, wenn Sie das hier berühren. Das Auge kann das nicht sagen und der Tastin übersetzt das nicht. Bis Sie die Frage stellen. Ich meine, das Auge sieht zu. Das Auge sieht zu. Das Auge sieht zu. Nein, ich sehe zu. Nein, ich sehe zu. Nein, ich sehe zu. Das tun Sie nicht. Das tun Sie nicht. Das tun Sie nicht. Ich kann fühlen, ich kann fühlen ohne zu. Das entsteht in ihrer Vorstellung und durch Übersetzung dieses Tastgefühls innerhalb des Musters, ihre Erfahrung aus der Vergangenheit zu dem Zeitpunkt, in dem es nicht als weiche oder harte Berührung übersetzt wird, oder nur als Berührung ihrer Hand können sie beides nicht trennen und dies erfahren. Keine Trennung mehr zwischen beiden? Angenommen, sie stellen mir eine Frage, aus welchem Grund aus immer, immer, aus welchem Grund aus immer. Das einzige Wissen, das es gibt, ist hier im Computer. Zeigt auf seinem Kopf. Und es kommt zum Vorschein und sagt mir und ihnen, dass sie dieses hier berühren und dass das, das Tastgefühl, dieses als weiche Berührung desjenigen, der neben mir sitzt, übersetzt. Ich bin möglicherweise alleine unterwegs und ich fühle, wie eine Brise aufkommt. Ich tue gar nichts, aber die Brise bläst mich an. Wenn sie sie nicht übersetzen, dass die Brise ihren Kopf berührt. Ich fühle die Brise. Dieses Gefühl ist auch ein Gedanke. In dem Moment, wo sie sich von der Brise trennen, wird die sensorische Aktivität übersetzt innerhalb des Musters des Wissens, das sie bereits haben. Ich sage keineswegs, dass sie die Brise nicht sind. Was ich sage, ist, dass alles, was sie sagen, Teil ihres Wissens ist. Andernfalls können sie die Brise und den Kopf nicht trennen. Sie sagen also, dass es keine neuen Erfahrungen gibt. Es gibt überhaupt keine neuen Erfahrungen. Aber die Anforderung, das Gleiche immer und immer wieder zu erfahren, ist das, was den ganzen Mechanismus des Gedächtnisses abnutzt, weil es zu diesem Zweck nicht bestimmt ist. Ist es möglich, dass wir erkennen, dass das Gedächtnis nicht der aktive Faktor des Bewusstseins sein sollte? Ich stelle das Bewusstsein in Frage, weil das, was wir Bewusstsein nennen, das Gedächtnis ist. Man wird sich irgendetwas bewusst mit Hilfe seines Wissens und dieses Wissens ist im Gedächtnis gefangen. Das ganze Gerede von Unterbewusstsein, von Unbewusstsein, den Bewusstseinsebenen und all dem ist eine geniale Erfindung des Denkmechanismus. Durch seine Schlauheit und Findigkeit erhält er seinen Fortbestein. Unterscheiden Sie zwischen Gewahrsein und Bewusstsein. Gewahrsein hat für mich keine Bedeutung, weil Gewahrsein kein Mittel ist, um irgendetwas zu verstehen, geschweige denn, um etwas zu verändern. Erstens ist nichts da, was man verändern könnte. Und nachdem es nichts zu verändern gibt, ist es unwichtig, ob man Gewahrsein oder ein irgendein anderes Mittel einsetzt, um zu verändern. Gewahrsein kann nie von der Aktivität des Gehirns getrennt werden. Gewahrsein kann nie von der Aktivität des Gehirns getrennt werden. Um es zu erfahren, ohne es zu benennen, ist nur ein schlaues Spiel, das wir mit uns selbst spielen. Ihr denkt, dass Erkennen getrennt ist vom Benennen. Das stimmt nicht, Erkennen und Benennen sind eins und dasselbe, ob ich es benenne oder nicht, schon allein das Erkennen von Ihnen als ein Mensch oder von diesem als ein Kissen bedeutet, dass die Benennung schon stattfindet, ob ich nun das Wort gebrauche oder nicht. Deshalb weiß ich die Leute, die sagen, das Wort sei nicht die Sache daraufhin, dass das Wort die Sache ist. Wenn das Wort nicht die Sache ist, was ist es denn dann? Es ist schon in Ordnung. Wenn Philosophen herumsitzen und unendlich lange darüber diskutieren, dass das Wort nicht die Sache ist, das bedeutet, dass es noch etwas anderes gibt als das Wort. Ihr könnt also die Tatsache nicht akzeptieren, dass das Wort das Objekt ist. Das heißt, auch wenn ihr sagt, hier ist ein Objekt, ohne das Wort zu verwenden, bedeutet es, dass hier eine Trennung stattfindet. Ich will Ihnen damit erklären, wie diese Trennung, Abspaltung vor sich geht.